Hallo Freunde, herzlich willkommen zu Autismus Kompakt, dem Podcast mit Timo Warnholz zum Thema Autismus Spektrumstörung. In diesem Podcast möchte ich euch einfach und unkompliziert erklären, wie Autismus funktioniert mit allen Symptomen und Verhaltensweisen und was noch dazu gehört. Wir werden uns in jeder Folge mit einer speziellen Frage beschäftigen und uns diese anhand von fachlichen Hintergründen, aber auch von vielen Beispielen aus der Praxis erklären. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ihr hier seid und deswegen legen wir jetzt auch einfach mal los. Ja und dann starten wir gleich mal durch mit unserem heutigen Thema und die heutige Frage, die uns beschäftigt, lautet, verstehen autistische Menschen Ironie? Und das ist tatsächlich ein ganz spannendes Thema, das vor allen Dingen auch zu vielen Irritationen und auch Missverständnissen führen kann und weiche Gründe dahinter stecken. Das werde ich euch jetzt in den nächsten paar Minuten mal erklären. Also grundsätzlich ist Ironie ja ein Werkzeug oder eine Ausdrucksweise, die von neurotypischen Menschen sehr gerne und oft genutzt wird. Denn wer viel Ironie nutzt, der gilt oft als geistreich und humorvoll oder auch intelligent und deswegen legen viele neurotypische Menschen sehr starken Wert darauf, oft Ironie zu benutzen und sich ironisch zu äußern. Das Problem der Ironie ist, dass es in ihr eine kleine Falle gibt und die besteht darin, dass die Aussage oft nicht nach einer Tätigkeit verlangt, die sachlich aus dieser Aussage oder nach dieser Bitte oder Frage hervorgeht. Das bedeutet, es wird oft das Gegenteil von dem, was man eigentlich erreichen möchte ausgedrückt. Und das wiederum verlangt danach, dass die Information oder die eigentliche Bedeutung der Aussage nicht sachlich verstanden oder verarbeitet wird, sondern dass sie quasi erfüllt wird. Das bedeutet, der eigentliche Inhalt oder die Bedeutung der Frage oder der Aussage wird mit dem Gefühl erschlossen. Das heißt, die Interpretation ist auf einer emotionalen Ebene angesiedelt und es hat mit einer sachlichen Anweisung, Aussage, Verarbeitung, Verständnis dann wenig zu tun. Ein kleines Beispiel, wenn ich zum Beispiel einen Vortrag halte und jemand sitzt sehr entspannt in seinem Stuhl und ich habe das Gefühl, dass die Person gleich einschläft, dann mache ich mir manchmal den Spaß und spreche diese Person an oder spreche einfach ganz verallgemeinert in den Raum. Mensch, wenn man sich jetzt noch gemütlicher hinsetzt, kann man auch noch besser schlafen. Und hier ist der Punkt, wo neurotypische Gehirne und autistische Gehirne vollkommen unterschiedliche Dinge verstehen aus dieser Aussage und die Interpretation ist hier sehr, sehr zweigleisig. So, ein neurotypischer Mensch würde sich jetzt in der Regel gerade hinsetzen, weil er die Vermutung hat, dass derjenige, der ihn darauf anspricht, das nicht gut findet, dass er so entspannt zusammengerutscht im Stuhl liegt und kurz davor ist einzuschlafen. Und gerade im Publikum oder als Teilnehmer einer Fortbildung oder im Rahmen eines Vortrages ist es ja auch tatsächlich so, dass der Dozent oder der Referent eher keine Lust darauf hat, dass im Publikum Menschen sitzen, die gar nicht richtig zuhören. Und der Teilnehmer aus dem Autismus Spektrum würde jetzt höchstwahrscheinlich sich noch ein bisschen gemütlicher hinsetzen, wenn ihm gerade danach ist. Das ist natürlich auch jetzt nicht zwangsläufig so, aber die Wahrscheinlichkeit, wenn die Person sagt, ich bin tatsächlich müde, ist hoch, dass die Person sich denn noch gemütlicher hinsetzt. Das bedeutet, dass der neurotypische Teilnehmer die Aussage jetzt interpretiert und denkt, oh oh, nee, der, der mir das gerade gesagt hat, meint das genaue Gegenteil von dem, was er gerade verbalisiert hat. Und die autistische Person würde jetzt nur die reine Information ohne Interpretation durch Gefühle oder ähnliches weiterverarbeiten und dementsprechend genau das tun oder danach handeln, nach dem, was ausgesagt wurde. Und das führt oft zu einer Irritation, denn neurotypische Menschen, wenn sie so eine ironische Aussage zum Beispiel machen, kommt auch oft nicht mit klar, dass autistische Menschen denn gar nicht entsprechend reagieren. Ich kann jetzt einen kleinen Tipp loswerden für alle neurotypischen Menschen, denen das schon mal passiert ist oder die im Umfeld von autistischen Menschen arbeiten oder mit autistischen Menschen. Wenn ihr eine Aussage trefft, stellt euch vor, ihr schreibt sie per SMS, also es wird nur der reine Text interpretiert, den ihr schreibt und stellt euch mal vor, ihr dürft keine Emojis benutzen. Denn oft ist es ja so, dass die Emojis gerade dafür sorgen, dass wir die Bedeutung einer Nachricht verstehen. Damals in der ersten Dekade der SMS, da gab es keine Emojis und dementsprechend wurden Nachrichten noch oft ganz falsch verstanden, weil man nicht wusste, macht die Person jetzt einen Witz oder ist sie vielleicht tatsächlich wütend. Das alles ist nicht so einfach zu verstehen. So und das ist einfach vielleicht auch der beste Vergleichswert oder ein kleiner Anker für das Gehirn neurotypischer Menschen. Um das zu verstehen, stellt euch bitte vor, dass autistische Menschen Nachrichten grundsätzlich ohne Emojis empfangen. Das bedeutet, sie wissen nicht, ist das ein Witz oder ist das kein Witz, sondern sie hören oder lesen die reine sachliche Aussage, die ihnen gegenüber formuliert geschrieben wird oder ähnliches. Und dementsprechend kann ich euch nur ans Herz legen, liebe neurotypische Menschen und Kollegen und wer auch immer gerade zuhört. Nimmt das nicht so ernst und formuliert alles geradlinig und so, dass es eine sachliche Aussage ist, denn Interpretationsspielräume auf Gefühlsebene haben sehr, sehr viel mit Empathie zu tun und in erster Linie mit den Spiegelneuronen. Und wir wissen ja mittlerweile, wisst ihr auch aus vielen meiner Videos und auch meiner Publikation, dass autistische Menschen oft da ein wenig eingeschränkt sind in den Spiegelneuronen und in der Empathie und in der Verarbeitung von so emotionalen, zwischenmenschlichen Dingen. Und dementsprechend ist es auch hier so. Also klare Sachaussagen machen, keinen Interpretationsspielraum bieten und dann wird die Kommunikation auch deutlich einfacher. Das kann ich euch nur für heute ans Herz legen. So und das war es jetzt für heute und ich möchte mich herzlich bei euch bedanken, dass ihr zugehört habt. Das hat mich sehr gefreut und besucht mich gerne auch in sozialen Netzwerken, zum Beispiel bei Facebook oder auf Instagram oder abonniert einfach meinen YouTube-Kanal, wo ich euch auch einmal wöchentlich ein Video zum Thema Autismus-Spektrum-Störung präsentiere und lasst dort gerne ein Abo da, genau wie hier natürlich auch. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao.